Toll, ja, ich fang an. Ja, wir fangen an. Wir sind heute hier, wo du dich schon wieder amüsieren konntest. Ja, komm bitte. Moin Moin. Moin Moin. Hier vom Güdelkmarkt. Hallo, unser Preis-Update heute. Heute haben wir einen Stargast hier, den David Wachs vom GFC. Wir haben auch eine tolle Aktion heute vor. Und er hilft uns heute mal bei unserem Video. Sehr gerne, sehr gerne. Dafür bin ich hier. Ich zeige euch heute, was das beste Angebot hier im Laden ist. Und das ist eine Menge. Okay, wir fangen erst mal an mit Janni mit dem Fleisch. Ja, ich drehe nochmal die Kamera. Hallo Leute, ich grüße euch. Also, tolle Angebote zu Weihnachten. Denkt dran. Ich sag mal, wir fangen mal an. Wiener Würstchen. Ist mitunter dem Kartoffelsalat. Ist immer der Schlager heiligarm. Also Wiener Würstchen, jede Menge da. Paket Kilo von den Rostocker 7,99. So, dann haben wir diese Woche wieder gekriegt. Von den Ferkeln unsere sehr, sehr schöne Krone, die ihr kennt für 4,95. Ich hab mir überlegt, wir müssen mal was anderes von den Ferkeln bringen. Die haben ja auch wirklich so einen schönen geilen Hintern. Hier, schaut mal, die dicke Keule. Kilo für 6,95. Also, mal was Größeres, was Kleines. Sind so drei bis fünf Kilo Stücke. Also, schaut euch das mal an. Das ist richtig ein Schmeckerchen. So, dann darf nicht fehlen. Wirklich. Für den ersten Feiertag für 4,99 aus dem Regenwald unser Kastertier. Leute, einen Sauerbraten könnt ihr euch machen. Die Semarolle für 9,99. Wer nachher ein bisschen von Müh machen will. Filetköpfe für 5,99. So, diese Woche haben wir Schweine Nackenfrische und Schweine Lachse für 4,29 das Kilo. Also, ich hab jede Menge. Es kommen weiter tolle Angebote. Wir drehen. Wir drehen, alles klar. Wir sind ja live. Hallo Leute, ich grüße euch auch. Hier ein tolles Preisupdate haben wir heute ganz viele Sachen. Wie gesagt, ich bin jetzt heute mal ein bisschen arbeitslos. Das machte David für mich heute. Also, David, was hast du heute da? Oh, ich hab hier Kisten Clementinen. Eine Kiste, 10 Kilo, 15 Euro. Unschlagbar. Und, nicht nur unschlagbar, sondern auch mega lecker. Mega lecker. Kommt vorbei. Kiste, 15 Euro. Süß und saftig. Wenn man die Zeit heute sowas für euch wegstellen, da habt ihr auch ein paar Tage was von. Wir haben hier natürlich auch noch mehr Angebote. Kementin en masse. Egal. In allen möglichen Variationen. Die verschiedenen... Ja, helfen mir? Ich helfe dir. Alles klar. Pass auf, wir machen es ganz anders. 10 Kilo haben wir hier für 15 Euro. 10 Kilo für 15 Euro die mit Blatt. Dann haben wir hier ein bisschen exquisitere Ware. Sowas ist 7 Kilo. Ja, sowas kostet 19,90 Euro. Auch eine sehr, sehr schöne Ware. Sehr lecker. Süß und saftig. Ohne Kerne. So, und dann sind wir auch schon bei den Orangen. Hier haben wir die 12 Kilo Kiste von Sasta. Sowas ist 22,50 Euro. Die andere, die Schwere. Die Schwere. Ja, ja. Der ist Sportler, genau. Der kann da ein bisschen gesperren. 16 Kilo. Leck mir am Arsch. Da kann die ganze Familie von satt werden. Wirklich richtig lecker. Okay. So. Was haben wir da? 29,90 Euro für 16 Kilo Nabel-Orangen. Kriegen wir aber auch noch mal günstiger hin. Eine Nummer kleiner. Die vom Bouquet ist auch eine Nabel. Da kostet die 15 Kilo Kiste nur 15 Euro. Also ein Kilo bei einem Euro für die Orangen. Geil. Perfekt für Osa, für alles. Egal. Ja, das gibt richtig Vitamine. So. Äpfel haben wir einen richtigen Kracher. Ja, das ist die Sorte Pink Lady. Schön süß, saftig, knackig. Das ist eine 18 Kilo Kiste. Und sowas kostet uns die noch 12,50 Euro. Ein mega Preis. Ja? Mega. Okay. Wo gehen wir weiterhelfen? Was gibt's als nächstes? Die ganze Halle ist voller angeboten. Also Leute, tolle Weihnachtspreise haben wir da. Tolle Sachen haben wir da. Wir gehen jetzt noch mal durch. Aber vorweg wollte ich noch mal sagen, warum der David heute hier ist. Und zwar sammelt David jedes Jahr für einen guten Zweck, sammelt er Spenden ein. Von Firmen, von Sponsorfirmen auch. Sammelt er jedes Jahr Spenden ein. Und wir wollten uns dieses Jahr auch beteiligen bei den Spenden. Und zwar dieses Jahr wird die Spende an zwei Stellen gehen. Das ist einmal David. Die Klinik-Nennys sind das. Tommy nicht allein. Wir helfen Kindern, gerade wenn sie im Krankenhaus sind und die Eltern nicht können. Die betreuen die Kinder, die spielen mit denen, die basteln. Und die zweite Institution, an die wir spenden, ist das Tierheim Schlage. Tiere sind uns vom Sport relativ wichtig. Und ja, genau. An die beiden Institutionen geht dieses Jahr das Geld. Ja, also da wollen wir auf jeden Fall mitmachen. Wir spenden vom Güte-Team hier nochmal 300 Euro dazu. Mega, super. Sie sind gut angelegt, denken wir mal. Wir sind ja auch Sponsoren vom Verein GFC. Ist ein wirklich toller Verein. Die machen sehr viel für Kinder vor allem. Die Mütze ist hübscher da, ne? Genau. Selbstgestrickt von Oma, ne? Ja, das ist die Chef-Mütze. Die kriegen hier nur die einfachen, ne? Alles klar. Gut, dann machen wir erstmal weiter mit den Preisen, ne? Wir haben wirklich viele Sachen. Willst du hier gleich mal übernehmen? Ja. Hier, Mini-Clementin. Die Kiste 2,99 Euro. Perfekt. Perfekt für zu Hause, zum Mitnehmen. Genau. Für den kleinen Hunger hier. 2,3 Kilo, 2,99 Euro. Also meine Lücke schält mega gerne Clementin ab. So, gleich als nächstes Kiwis. Kiwis. Wirklich sehr schöne Kiwis. Die Kiste 3 Euro. Das ist wirklich, das ist schon geschenkt. 30 Stück Kiwis drin, das ist 10 Cent das Stück. Ne? Superbreit. Wahnsinn. Super. So, weiter geht's hier. Murat hat auch eine hübsche Mütze. Guck mal. Ausgestattet alle hier. Genau. Ganze Äpfel-Sorte haben wir wieder 99 Cent. Kannst du mal die Maske abnehmen, man versteht sich. Ja, gerne. Ja, guck mal. Die Äpfel ist ganze Sorte, ist 99 Cent. Wir haben schöne Rakaichi. Stück 59 Cent. Also vier Stück 2 Euro. Mal so viel riecht. Sei nicht so aufgeregt, Murat. So. Weintrum haben wir hier Rosé ohne Kerne oder Blau. 1,49 Euro pro Schale. So, Fatih mach weiter. Alles gut, okay. Ja, Saftorangen haben wir noch da. Hier die 15 Kilo Kiste für 10 Euro zum Pressen. Du stehst gerade davor. Hier sind noch Wassermelonen. Das Stück für 2 Euro. 2 Euro Melonen. Mhhhhh. Lecker, lecker. Was haben wir hier schönes? Granatapfel. Sehe ich den Preis jetzt gerade nicht? Ach, der Kiste 6,95 Euro Granatapfel. Ja, das ist echt ein geiler Preis. Da kannst du nichts sagen. Da kannst du nicht meckern. Ne. Hier haben wir die Kiwis nochmal. Da haben wir die grünen oder die roten Pampelmusen. Preis nach wie vor. Genau. Fünf Stück 2 Euro. Zehn Stück 3 Euro. Also logischerweise zehn Stück nehmen, ne? Ja, genau. Bei den roten machen wir das gleiche, glaube ich auch, ne? Ne, fünf Stück nur 2 Euro. So, da haben wir nochmal schöne Birnen da. Janne? Mhm. Das ist die Sorte Bürgermeister für 99 Cent das Kilo. Also Bürgermeister, kommt alle ran hier. Eure Birnen sind da, ne? Tja. Ja, egal. Okay. So, wollen wir weitermachen? Ja, natürlich. Ja? Habt ihr noch alle Lust? Ja, na, weiter hier. Orangen haben wir, die wir da in den Kisten haben, verkaufen wir hier auch lose. Das Kilo für 2,99 oder ab 2 Kilo, warte mal, fehlt das noch hier? Ab 2 Kilo dann 5 Euro, sprich 2,50 Euro. Aber natürlich, wer sparen will, nimmt sich gleich eine ganze Kiste mit. Ja? Ist ein Megapreis. Der Ventil haben wir hier auch. Das Kilo für 1,99, ob die mit Blatt. Oder auch die anderen da vorne, für Kilo 1,99. Hier. Schoko-Orangen. Genau. Schoko-Orangen, total geil. Und jetzt gerade zu Deko-Zwecken oder so, mal was anderes. Das Kilo 5,99. Schoko-Bananen ist auch gut, ne? Schoko-Bananen sind natürlich auch lecker. Ja, würde mir auch passen jetzt. Aber okay. Wir machen erst mal hier weiter, würde ich sagen. Gut, wir gehen noch mal rüber auf die andere Seite. Oh, Blaubeeren. Leckere Blaubeeren hier. Schau mal. 125 Gramm in der Schale kostet bei uns 99 Cent. Ne? Erdbeeren haben wir da gehabt. Heute 1,49 Euro. Leider schon ausverkauft. Vielleicht morgen nochmal. Blaubeeren wixst bei mir jeden Morgen ins Müschli rein. Mega. Blaubeeren. Die lässt auch wieder poolen, ne? Die lässt auch wieder poolen, ne? So, hier haben wir Maronen. Esskastanien aus der Türkei. Das ist so eine Kilopackung. Du kannst aber auch weniger kaufen hier. Das Kilo kostet 5,99 Euro. So, Weintrauben haben wir da. Oh, hier, guck mal. Ey. Dattelweintrauben. Was ist das, was Feines? Guck doch mal. Das ist doch was Schönes, oder? Das, ja. Probieren? Ja, sehr gerne. Das sind Dattelweintrauben, auch Saphir-Weintrauben genannt. Guck mal, wie lang die sind. Oh, weg. Weg ist sie. Gut. Schau mal. Richtig geil. Kilo 5,90 Euro. Sehr, sehr lecker. Hier, bitteschön. Ja, auch bis zur Sicherheit. Dicke Honigmelonen, Stück 1,99 Euro. Dicke Cantaloupe Melonen, aber richtig dicke. Guck mal, auch Stück 1,99 Euro. So. Ananas haben wir die Woche auch wieder da. Dicke Früchte, Leute. Guckt euch das mal an. Wirklich dicke Früchte für 1,49 Euro. So was kostet mindestens 3 Euro da draußen. So, was haben wir hier nochmal, Janni? Grünkohl. Grünkohl. 1,99 Euro das Kilo. Grünkohl. Weil die Weihnachten essen ja doch die ein oder anderen auch Grünkohl. Mit Knacker. Tolles Gemüse. Ein paar Chili hätten wir jetzt noch gebraucht. Mal Emte mit Grünkohl. Das muss nicht immer der Rotkohl sein, ne? Ne, genau. Stimmt. Einmal variieren. Bisschen Farbe reinbringen in Weihnachten. Genau. Rotkohl haben wir uns auch da. Was kostet denn? 69 Cent das Kilo bei uns. Der Rotkohl, ne? So. Zitronen hier nochmal. Zwei Beutel für 1 Euro oder 1,169 Cent. Paprika. Der Schlauch hier bei uns diese Woche. 1 Euro. Mega. Mega. So. Die Kräutertöpfe haben wir alle hier vorne hingestellt. Ja. Gurken. Das sind die Langwurken für 1,19. Dann haben wir hier lose Tomaten. Das Kilo für 1,79. Oder hier haben wir noch einen kleinen Rest von Sherry Tomaten. 500 Gramm Schale. 99 Cent. So. Ja. Dann haben wir hier schon alle Hand angesagt. Ne? Ja? Ja? Ich arbeite gerade nicht. Ja. Schönen Urlaub. Ja? Schönen Urlaub, ja? Ja. Wollen wir dann nochmal rüber gehen in die andere Halle? Ja? Ja, natürlich. Gehen wir? Ich komme auf jeden Fall mit und gucke mal an, was da drüben noch ist. Weil hier war es schon echt mega. Ich kann nur empfehlen, Datteltrauben, ne? Äh. Kartoffeln. 5 Kilo 1,99. Dijonu. Wenig. Und auch die Brücken. Linderhandlaufkarten 2,99. Auch eine kleine Kartoffeln. Oder hier der 5 Kilo Zwiebelsack 2,49 Euro. So. Unsere Brote nicht vergessen. Bestellen wir reichlich. Genau, genau, Leute. Ja, letzten Samstag waren wir so gut, also wirklich ausverkauft schon um 14 Uhr. Gab es ein bisschen Ärger. Weil wir zu wenig bestellt haben. Alles da. Also unsere Brote hier. Kann heute nicht passieren. Die Brötchentüte, die 5er für 1,99 Euro. Türkische Fladenbrote. Das süße Brot. Ne? Alles immer da. Reichheitlich. So. Was haben wir hier? Bananen. Das ist Bio-Qualität für 1,29 Euro. Das Kilo. Sportlernahrung, ne? Sportlernahrung. Sportlernahrung. Ganz wichtig. Ich muss mal hier. Achso. Sonnenblumenkern. Letztes Mal habt ihr gekauft. Fandet ihr klasse. Wir haben nochmal aufgefüllt. Und zwar. Das ist eigentlich der bessere Snack als eine Chips-Süße. Ne? Ist auf jeden Fall gesünder. Weniger Kalorien weiß ich nicht. Aber bessere Kalorien. Ja, wusste nicht jetzt mein Körper zeigen. Ich esse Chips, ja. Ist okay. Schon klar. Mahlchips am Sonntag ist auch okay. Aber ansonsten. Äh, Sonnenblumenkern. Guck mal. Guck mal, wie er lacht. Jetzt ist aber gut hier, Janine. Ja, sehr gut. Du sitzt selber im Glaskasten. Ja, natürlich. Wir drehen ja. Guck ihn dir an. Guck mal, da hast du Handschuhe und Mützen hier, ne? Die ich habe. Alles klar. Okay, da haben wir verschiedene Variationen. Hier zum Beispiel die Tüte. 200 Gramm, ne? 200 Gramm, genau. Für 79 Cent, ne? Gesalzen oder ungesalzen haben wir die auch da. So. David. Ja. Wir haben gestern von einem Rostocker Fotografen, haben wir diese Kalender bekommen. Die kosten normalerweise 12,50 Euro, ja? Und zwar zwei Variationen. Einmal Fischbrötchen-Liebe und einmal Bockwurst-Liebe. Mmmh. Der kostet, wie gesagt, der Kalender für 2022 12,50 Euro draußen. Ja, da wollen wir, ob wir den mit anbieten wollen. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ja, den Kalender hier für 5 Euro. Ist das Häschen mit der Bockwurst, ne? Mmmh. Schmackofazzi. Guck dir da an. Makrele, ne? Ne, Makrele, das ist Wahnsinn da oben drauf. Aber Bockwurst im Schnee. Hier, Fischbrötchen-Liebe. Zeig mal das. Das sieht auch toll aus. Das passt, ja. Also, jetzt noch mal so ein kleines Werbegeschenk, äh, Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenk, ne? Für 5 Euro. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ne? Da freut man sich. Vom Rostocker für die Rostocker. Hier, schau mal das Fischbrötchen mit der Sonnenbrille an. Und mit dem Cocktail. Ne? Schönes Gewicht. Schönes Gewicht. Vor dem David Seidel. Ne? Der hat, äh, Doberaner Straße sein Laden. Also, wenn ihr noch Geschenkideen und sowas sucht, da seid ihr richtig. Doberaner Straße ist auf 160. Ist das. Ne? So. Okay. Ne? So. Ne? Da sind wir gleich durch. Guck. Das ist eins der schönsten Fotos hier. Ne? Sollte man auf jeden Fall zu Hause haben. Ne? 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 Und den Rostocker auch unterstützen. Ne? Ne? So. Haben wir hier vorne auf der Kasse? Ne? Okay. Schnapper Zeugs hatten wir. Brot haben wir. Kalender haben wir. So. Da haben wir unseren Rest vom Glühwein. Für 2,49 die Flasche. Weißen haben wir auch da. Roten haben wir auch da. Von Werder. Der kostet 2,99. Letzten Bäckchen. Die Bäcks sind weg. Alle weg. Die 10 Liter sind alle ausverkauft. Alle weg. Haben wir nicht mehr da. Alle weg. So. Was wollen wir denn noch machen? Also. Wurstregal, Käseregal. Kennt ihr bei uns. Da haben wir türkische Produkte. Balkanländer Produkte. Also tolle Sachen haben wir da. Oliven. Olivenöle. Alles da. Jetzt gehen wir noch mal zu Mustafa. kurze Fleischschnecke. Schauen wir mal, was er da Schönes hat. Jetzt geht es los. Lecker, lecker Fleisch. Wir sind gerade live bei Facebook. Hallo. Sagen Maris Hallo. Also ihr seht, er muss mal auffüllen. Er hat gerade frische Ware bekommen. Also wirklich tolle Angebote. Lamm, Schafsfleisch, Kalbsfleisch, Rindfleisch. Also alles da. Hähnchenfleisch, Geflügel. Ja. Entchen. Leider. Entchen hat er nicht bekommen. Leider nicht. Aber macht nichts. Dafür haben wir noch Entchenkeulen im Tiefkühler. Für 6,99. 6,99 das Kilo. Entchenbrust ist aus. Sehr schön. Wenn ich hier das Rindfleisch sehe. Im Angebot Hüftsteak. Lecker, lecker. Dann kann man schon mal. Hüftsteak, das kann man zuschlagen. Ja. Du als Boxer, schlag doch mal zu. Zeig doch mal, wie das geht. Ja. Schön auf dem Steak, Mann. Ja. Hier seid ein Pärchen dabei. Hüft und Rind. Hüft und Rind. Ja, schon klar. Macht euch lustig hier. So. Timbark haben wir noch da. Ich denke, das reicht, glaube ich. So. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Kommt vorbei über die Feiertage. Wir haben wirklich viele tolle Sachen hier. Und ja, wir hoffen, wir sehen uns im Markt. Ja. Wir haben Freitag bis. Achso. Freitag sind wir noch bis 14 Uhr hier. So. Also. Morgen vorbeikommen. Donnerstag nochmal vorbeikommen. Tolle Angebote erwarten euch. Danke. Und wer mich nochmal sehen will hier, der muss es auch noch mal sehen. in den Kommentaren erwähnen. Genau. Dann komme ich nochmal dazu. Genau, genau. Falls ich mal so im Urlaub bin oder so. Meine Vertretung, wenn ihr es wollt, dass es der David ist, schreibt es in die Kommentare. David, Dankeschön. Ja, nicht dafür. Alles klar. Schöne Weihnachten euch. Schöne Weihnachten. Bis dann. Tschau. Tschüss. Ja, super. Wie geht das auch? Hast du nicht ausgemacht? Nein. Die hören uns immer noch? Ja, gut. Cut, cut. Alles klar. Tschau, 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 tschau. Sie sehen dich immer noch. Ach ja, dann mach aus. Tschau, tschau.